ja hallo heute ist montag der 24 juli 2023 ich stelle ein weiteres video von asl vor einige kurze sätze vorher das wird das letzte video zur einführung auf youtube sein ich habe schon erwähnt dass leider alles nur auf telegramm ansehbar ist aus begreiflichen gründen und es möge sich bitte jeder der es noch nicht hat die telegramm app runterladen wenn er ihre videos anschauen will und wie gesagt es folgen ohne youtube vorhersagen weitere videos sofern ich sie weiterleiten kann das heutige video von asl trägt einen doppeltitel die erde spricht vorhersagen und sie hat dann gleichzeitig noch benannt mayas und das goldene zeitalter in diesem video von ihr geht es viel über schuld fragen aber auch über katharsis und übers goldene zeitalter die laufzeit von diesem video ist 17 minuten 49 sekunden und es entstand ca am 18 juli 2022 nun wünsche ich ein interessantes ansehen und wie gesagt bitte auf den telegramm kanal von mir t punkt me schrägstrich paul zomber zendo es ist ein wort klein geschrieben klicken wenn man weiteren ihre videos anschauen will ich bedanke mich und sagt interessantes ansehen tschüss